Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Jurassic World Evolution Video. Und zwar habe ich ja vor einer halben Stunde schon diesen Ankündigungstrailer zu dem neuen DLC veröffentlicht, nämlich zu Return to Jurassic Park. Und kurz darauf sind jetzt einige Screenshots aufgetaucht zu diesem DLC, die uns sehr, sehr viel über dieses DLC verraten. Und ich bin wirklich gerade mega gehypt, mega geflasht, weil dieses DLC wird wirklich richtig, richtig krass. Das werdet ihr gleich auf den Bildern schon so ein bisschen sehen. Ich will euch ja gar nicht länger auf die Folter spannen. Ihr seht hier schon im Hintergrund den ersten Screenshot, den ich hier habe. Und zwar sehen wir hier auf dem ersten Screenshot eigentlich gar nicht sowas Besonderes. Hier sehen wir den Parasaurolophus. Der hat sich von der Körperform jetzt her nicht wirklich geändert. Also ich sehe zumindest keine Veränderung. Das ist mir beim Announcement-Trailer vorhin übrigens auch nicht aufgefallen. Viele Dinosaurier wurden nochmal überarbeitet von der Körperform und mehr an das Original von der Haltung und von der Form her angepasst. Und ja, darauf gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein. Die werde ich nämlich an Screenshots euch nochmal so ein bisschen zeigen, die Änderung. Aber hier sehen wir eigentlich nur eine Skin-Änderung. Diesen Skin kenne ich so jetzt noch nicht. Aber ich glaube, der kommt mehr an das Original ran. Der sieht auch sehr natürlich so aus von den Farben. Sehr grünlich so ein bisschen. Und ja, gut getarnt. Und ja, ansonsten fällt mir jetzt hier an diesem Screenshot gar nichts Spannendes auf. Vielleicht hier hinten noch. Wir können mal eben dran zoomen. Wartet mal. So. Hier hinten sehen wir dann nochmal den JWE-Zaun. Also nicht den JWE-Zaun, sondern den Original-Zaun von Jurassic Park. Den kann man leider nur ganz pixellig erkennen. Aber man sieht auf jeden Fall, dass es ein anderer Zaun ist, als die Zäune, die wir ja normal aus Jurassic World Evolution kennen. Auf dem nächsten Screenshot sehen wir ein Tyrannosaurus Rex. Und der wurde von der Körperform und sowas auf jeden Fall überarbeitet. Das sieht man ganz gut hier oben eigentlich. Aber das kommen wir auch gleich nochmal. Weil wir haben noch einen weiteren Screenshot, wo man das Ganze ein bisschen besser sieht. Wird euch auf jeden Fall auffallen, wenn ihr euch mal das Original von JWE anguckt. Der ist jetzt hier viel mehr in Richtung Film angelehnt. Also viel mehr wie das Original. Und ja, zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir ein Bild haben, wo man ihn von vorne sieht. Wie gesagt, der Parasaurolophus hat nur eigentlich einen anderen Skin bekommen. Was bei diesem Bild noch viele Leute spekulieren, das sieht so ein bisschen so aus, dass es eventuell ein Jagd-Update gibt. Also dass es ein dynamischeres Jagdverhalten gibt. Nicht dieses von wegen, der Tyrannosaurus muss erstmal in so einen Einrastpunkt sozusagen laufen. Dann tippelt er da auch ab und zu so mega buggy rein. Das kennt ihr sicherlich. Und dann kommt diese Standard-Animation. Sondern dass es dann wirklich so ein bisschen flüssiger und sowas abläuft, das ganze Jagen. Könnte ich mir vorstellen, ist eine nette Spekulation. Aber ich denke mal, das wird dann das Update oder das DLC zeigen, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Dann lassen wir uns überraschen. Und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Screenshot von unserem neuen Tyrannosaurus Rex. Und hier sieht man ihn von vorne und kann auch direkt die Änderung erkennen. Man kann hier direkt sehen, dass der Schädel überarbeitet wurde. Der sieht jetzt viel mehr wie das Original aus. Viel, viel cooler von der Form, finde ich. Und hier hinten fällt einem auch noch auf, dass der Körper viel massiver geworden ist. Das ist nicht mehr so dünne Beinchen. Und es war alles viel, viel dünner vorher. Und der Schädel war meiner Meinung nach so ein bisschen breiter bei dem anderen. Also sieht jetzt auf jeden Fall besser aus und mehr so wie das Original. Und so möchten wir es ja im Endeffekt haben. Also Original heißt natürlich das Original von Jurassic Park. Nicht das Original, wie es dann in echt war. Und ja, was einem noch auffällt hier auf jeden Fall ist die Färbung, der Skin. Das ist auf jeden Fall der Skin, der Original-Skin von dem zweiten Teil von Jurassic Park. Nämlich die Vergessene Welt. Und das lässt auf jeden Fall darauf hoffen, dass viele Dinosaurier wahrscheinlich an diese Original-Skins angepasst werden. Und das ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Dann können wir wirklich diese Original-Filme und Parks und sowas nachbauen. Und auch geile Cinematic-Aufnahmen und sowas machen. Vielleicht coole Kurzfilme oder sowas. Also da freue ich mich richtig drauf. Finde ich mega, mega nice. Auf dem nächsten Bild sehen wir einen Stegosaurus. Und dieser wurde auch vom Model her auf jeden Fall überarbeitet. Und das sieht man besonders gut hier hinten bei dem Schweif oder dem Schwanz. Der ist jetzt viel, viel höher von der Körperhaltung her. Der war irgendwie vorher hier unten immer, der Schweif. Und so ist es auf jeden Fall mehr am Original dran. Und es gefällt mir viel, viel besser. Er sieht jetzt viel, viel cooler aus. Und ich finde auch, dass dieser Skin sehr nice aussieht. Sieht sehr natürlich aus. Schöne Tarnfarben. Und ich finde auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass der Screenshot so eine mega gute Auflösung hat oder nicht. Ich finde auf jeden Fall, dass die Haut und so so ein bisschen besser und schöner aussieht. Ich weiß nicht, ob das auch nochmal überarbeitet wurde. Aber was man hier auf diesem Bild auch nochmal ganz gut sieht, ist hier im Hintergrund, hier der Zaun und hier hinten auch. Das ist der Original Jurassic Park Zaun, wie man ihn kennt. Hier so ein bisschen Streben, dann so ein Maschendraht da drin. Hier oben natürlich diese Elektroleuchten. Und ganz wichtig, da oben sind auch noch solche Stacheln drauf. Finde ich sehr, sehr interessant. Es ist ein sehr cooler Zaun. Mal gucken, ob es auch verschiedene Zäune geben wird bei Jurassic Park. Da gab es ja auch schon so ein paar Hochsicherheitszäune mehr und dann weniger High Security und sowas. Also bin ich auch sehr gespannt. Und hier hinten, was noch auffällt, hier ist etwas ganz Besonderes. Aber da kommen wir gleich noch zu. Das ist eine der Sachen, worum ich am meisten gehypt bin. Der nächste Screenshot zeigt einen Brachiosaurus neben einem Standard Jurassic Park Jeep. An sich ist auf diesem Bild gar nicht viel Neues zu sehen. Das Einzige, was hier wahrscheinlich sehr, sehr wichtig ist. Hier wird gezeigt, dass der Brachiosaurus eine neue Fressensanimation bekommt. Also er kann jetzt von Baumkronen essen. Ich denke mal, diese Bäume werden dann auch, wo diese anderen, wo dieser ganz große Baum und sowas sind, zum Einfügen vorhanden sein. Und dann haben die Sauropoden die Möglichkeit, von den Kronen dieser Bäume dann sich sozusagen zu ernähren. Finde ich mega cool. Ich hoffe, das wird dann von allen Bäumen möglich sein und nicht nur von diesen Bäumen hier. Weil, ja, wäre an sich auch nicht so schlimm, aber wäre halt cool, wenn die wirklich von jedem Baum, den man platzieren kann, dann fressen können. Hier auf dem Screenshot sieht man das ganz gut. Von unten nochmal aus der Jeep-Position, dass der Brachiosaurus hier wirklich zu dem Baumkronen geht und von diesen essen kann. Das nächste Bild zeigt uns einen Stegosaurus, der hier ein Ranger-Jeep, der wahrscheinlich gerade hier das Futter auffüllen wollte oder sowas, ja, von den Latschen haut und auch kaputt macht. Man sieht hier oben wirklich, dass das Auto Beschädigungen hat. Hier ist auch überall Qualm und sowas. Also ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein Schadensmodell für die Jeeps jetzt geben. Und wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass die Dinosaurier die Jeeps angreifen und so weiter, wenn man nicht vorsichtig ist. Ich bin mal sehr gespannt, wie es dann sein wird bei den Carnivoren. Hier bei den Herbivoren sehen wir ja auch, wenn die sich belästigt fühlen, dass sie dann wirklich hier mit ihrer Waffe zuschlagen. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Da werden wir auch sicherlich einige coole Sachen bei YouTube da machen können. Vielleicht einige coole Projekte oder sowas. Vielleicht das Rennen nochmal aufnehmen oder so. Weil mit so einem Schadensmodell, wenn die Dinos die wirklich angreifen, ist das Ganze natürlich nochmal um einiges interessanter. Der nächste Screenshot ist wirklich mega interessant. Hier sieht man nämlich den Helikopterlandeplatz, den ich schon im letzten Video vermutet hatte aufgrund dieses Schildes. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass dieser Helikopterlandeplatz eventuell in einigen Parks so der neue Ankunftsort sein wird. So wie zum Beispiel jetzt diese, ja wie heißt die Einschienenbahn, diese Hochschienenbahn. Ich könnte mir echt vorstellen, dass das sozusagen der neue Ankunftsort auf einigen Inseln wird, die vielleicht auch noch dazukommen oder so. Ich weiß es nicht. Wobei die Originalteile ja auch auf Isla Nubla und Isla Sorna, glaube ich, spielen. Die Inseln gibt es ja soweit schon. Es könnte natürlich auch sein, dass man auswählen kann oder selber den Eingang jetzt platzieren kann. Das wäre natürlich auch mega, mega cool. Oder es wird halt nur in der Kampagne ein Gebäude oder sowas sein. Da wird ja sicherlich auch eine coole Kampagne oder so dazukommen. Könnte alles sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und auf dem nächsten Screenshot sehen wir wieder ein weiteres Gebäude und ein sehr, sehr wichtiges und cooles. Es ist nämlich die Raptor-Ausbrüt- bzw. Entwicklungslabor. Ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Hatchery heißt es, glaube ich, auf Englisch. Ihr wisst, was ich meine. Es ist auch das Originalgebäude aus den Jurassic Park Filmen. Wer kennt es nicht? Und was einem da auf jeden Fall auffällt, das ist hier vorne. Können wir auch mal eben dran zoomen. Das wäre, glaube ich, leichter. Wartet mal. So, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist leider sehr, sehr pixelig. Aber hier vorne ist auf jeden Fall ein Raptor anscheinend ausgebüxt. Also sehr, sehr interessant, dass die jetzt auch aus diesem Raptor-Gehege ausbüxen können. Ich bin auch mal gespannt, was dieses Gehege oder diese Ausbrutstation für einen Zweck später haben wird. Weil normalerweise macht man ja seine Dinosaurier ein Gehege. Oder sie werden halt aus dem Hemd-Entwicklungslabor sozusagen freigelassen. Aber ich bin echt gespannt, was dieses Gebäude genau für eine Funktion haben wird und wofür es da sein wird. Der nächste Screenshot zeigt eine weitere Variante, so wie ich das zumindest sehe, von einem Hemd-Entwicklungslabor. Eine, die so ein bisschen mehr an das Jurassic Park Theme angelehnt ist. Also sieht also so ein bisschen komplett anders aus. Die Bepflanzung ist anders. Hier dieses Tor fällt auf jeden Fall auf. Das ist so ein Holztor, glaube ich fast, ne? Oh Gott, ob das so sicher wäre. Zumindest so ein bisschen so aus, ne? Können wir irgendwie da mal ranzoomen, wartet mal. Das interessiert mich mal. Na, komm schon. Lass mich ranzoomen. So, jetzt. Sorry, hab die Taste gerade nicht gefunden. Sieht schon ein bisschen aus wie Holz, ne? Aber hier oben ist auch Metall, also solche Stahlbarren. Also ich bin sehr gespannt. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn du da in Racks ausbrütest. Und hier ist ein Holztor, dass das nicht so mega safe ist. Hier sind auch noch irgendwie so Pillar. Und hier sieht man nochmal ziemlich, ziemlich gut diesen Zaun nochmal. Wobei das ein anderes Modell ist. Also es gibt auf jeden Fall verschiedene Zäune. Bei dem einen Zaun vorhin haben wir ja schon diese Stacheln gesehen. Hier sehen wir solche... Wartet. Die Tools überfordern mich hier. Hier sehen wir so einen anderen Zaun. Hier sind auch so andere Dinger drauf. Ich weiß nicht, ob das so Elektro oder sowas ist. Oder Bewegungsmelder oder sowas. Ich weiß das gar nicht genau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ihr wisst das sicherlich besser als ich. Also es wird auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele neue, coole Gebäude und Möglichkeiten geben. Und dann kommen wir schon zum nächsten Screenshot. Und hier sehen wir nochmal das Besuchercenter, was wir ja schon gesehen haben. oder Visitor Center aus den originalen Jurassic Park Teilen. Und ich muss wirklich sagen, dass es richtig, richtig cool aussieht. Wir können mal ein bisschen ranzoomen. Hier sieht man dann richtig cool dieses Skelett mit diesem Hintergrund hier. Dann diese Holztür und die ganzen Details bei diesem Gebäude. Es sieht einfach mega nice aus, muss ich sagen. Ich bin auch sehr gespannt, ob das Gebäude später eine Funktion haben wird. Oder ob das so sein wird wie das Innovationscenter, wo man, ja was man eigentlich einfach nur in die Mitte seines Parks platziert. Und dann ist gut, weil das finde ich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Man kann ja nicht mal reingehen oder irgendwelche Sachen einstellen oder sowas. Ich hoffe wirklich, dass das bei diesem Besuchercenter so ein bisschen anders sein wird. Was mir noch auf diesem Screenshot so ein bisschen auffällt, ist, dass glaube ich andere Pflanzen hier draus sind oder neue Pflanzen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesehen habe. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Oder diese Palmen hier zum Beispiel. Die habe ich glaube ich auch so weit noch nicht gesehen. Ich bin mir da aber gar nicht ganz sicher. Und hier unten in der Ecke sieht man auch noch mal so ein paar Gebäude. Ich habe keine Ahnung, ob das neue Gebäude sind oder ob das eventuell dieser Helikopter-Landeplatz ist, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Kann natürlich alles sein. Da können wir nur spekulieren. Und hier haben wir auf dem nächsten Screenshot unser neues Raptor-Model. Also er sieht jetzt viel, viel mehr aus wie im Film. Viel mehr, ja, badass, sagt man im Englischen. Ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ich finde, er sieht viel gefährlicher aus. Viel, viel cooler. Ich kann mal ein bisschen ranzoomen hier an sein Gesicht. Also er sieht schon wirklich sehr bedrohlich aus. Hat auch einen ganz anderen Gesichtsausdruck und sowas. Sieht auf jeden Fall noch mal eine ganze Ecke cooler aus als vorher. Und ich glaube auch, dass hier im Hintergrund die Bepflanzung so ein bisschen neu ist. Guck mal diese Baumstämme und so hier an. Okay, das sind glaube ich, es könnten auch diese Bäume sein. Hier sind auch so Lianen und sowas. Das könnten auch so Bäume sein, die wir vorhin schon gesehen haben bei den Brachiosaurus. Brachiosaurus, wovon die fressen können. Aber wir werden auf jeden Fall auch neue Bepflanzungen bekommen. Ich bin auch gespannt, ob wir vielleicht auch ein paar andere Deko-Elemente bekommen, wie zum Beispiel neue Felsen und Steine und sowas. Das wäre auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich cool. Ansonsten, der Skin hat sich natürlich auch so ein bisschen geändert. Ist aber auch, wie gesagt, der Original-Skin aus dem Film. Ich glaube, man sieht hier oben sogar diese Narben, die der im Film hat. Dann da kann das sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir können auch noch mal eben an den hier ranzoomen. Sorry, wenn ich hier mit der Steuerung das nicht immer so ganz hinbekomme. Ich habe ein Video in der Art so noch nie aufgenommen. Ja, hier sieht man auch noch mal ganz gut die Körperform. An sich hat die sich gar nicht so doll geändert. Aber ich finde, im Gesicht sieht man den Unterschied schon sehr. Er sieht viel, viel böser aus, wenn man ihn so anguckt. Also es ist richtig, richtig krass. Aber ich finde jetzt, nach dem Remodeling, sieht er viel, viel cooler und bedrohlicher aus. Und jetzt, Leute, kommt das, wovon ich am meisten mit Abstand geflasht bin. Ihr seht schon im Hintergrund, das ist eine riesige Dinosaurier- oder beziehungsweise Flugdinosaurier-Kuppel, wie man sie aus dem Film kennt. Und ihr müsst euch einfach mal hier unten zum Beispiel die Menschen im Vergleich ansehen, wie groß dieses Gebäude ist. Das ist wirklich insane. Auch die Berge im Hintergrund, da sieht man das ganz gut. Es ist wirklich riesig und ich bin mega begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch Flugdinosaurier in Jurassic World Evolution erleben können. Ich bin auch mal gespannt, ob die ausbrechen können und dann wirklich hier in Freiheit fliegen können und Gäste attackieren können. Das wäre richtig insane. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Aber wir sehen gleich auch noch mal ein Screenshot, wo wir das Ganze von innen sehen, mit auch einem Flugsaurier. Und seid auf jeden Fall gespannt. Aber wir gehen noch ein bisschen hier auf diesen Screenshot ein. Fallen hier nämlich noch so ein paar Sachen auf, die ich gerne herausfinden möchte. Seht ihr das hier? Das ist wahrscheinlich für euch nur ein Pixelbrei. Aber das hier ist so ein Jeep und der sieht so ein bisschen anders aus, als die Autos, die wir kennen. Der sieht so ein bisschen aus wie diese Tour, in der die im ersten Film mit rumfahren. Diese Jeep-Tour. So sieht der ein bisschen aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch als Attraktion kommen wird. Ansonsten hier hinten sieht man, glaube ich, noch mal diesen Landeplatz. Und was mir auch noch aufgefallen ist, hier sind andere Wege, oder? Ich glaube, das ist eine neue Wegfarbe, die ich so noch nicht kenne. Also auf jeden Fall, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Ihr könnt es ja auch immer in die Kommentare schreiben, ob ich mich irre oder ob das wirklich neue Wege sind. Ansonsten sind hier auch noch Felsen, die ich nicht kenne. Die sind, glaube ich, auch neu. Und ich weiß nicht, ob das hier zum Gebäude gehört. Oder ob das auch ein Felsen ist, den man platzieren kann. Und vielleicht haben sie es ja jetzt so gemacht, dass man wirklich Felsen auch in andere Gebäude und sowas rein platzieren kann. Dann könnte es natürlich auch sein, dass diese Felsen hier einfach mehrere verschiedene Felsen, die sozusagen ineinander platziert sind, sind. Weil dann sehen die natürlich anders aus, so wie bei Planet Zoo. Könnte ich mir rein theoretisch auch vorstellen. Also ich glaube, dieses Update und DLC, was kommen wird am 10. Dezember, wird wirklich insane. Und jetzt springen wir in diese Kuppel. Wir schauen uns die Kuppel an. Sieht ja schon mal mega vielversprechend aus. Und da drin sehen wir einen P.T. beziehungsweise Pteranodon, der hier fliegt. Die Kuppel an sich sieht mega insane aus. Also wir gehen hier auch gleich noch auf jeden Fall auf ein paar Details ein, würde ich sagen. Aber erstmal zoomen wir jetzt hier an unseren ersten Flugdinosaurier von Jurassic World Evolution an. Guckt ihn euch an. Sieht eher nicht nice aus. Also richtig krass. Ich hätte nie gedacht, dass wir noch Flugdinosaurier hier erleben dürfen bei Jurassic World Evolution. Da habe ich wirklich im Traum nicht mehr dran gedacht. Deswegen bin ich auch so mega geflasht und gehypt. Ich finde das wirklich richtig insane. Bin auch gespannt, ob noch Wasserdinosaurier kommen werden oder nicht. Das ist natürlich jetzt so die nächste Frage. Aber soweit wollen wir jetzt erstmal noch nicht denken. Aber ansonsten, man sieht es hier wirklich viel. Hier ist so ein kleiner Schutzbunker, wo die Besucher, glaube ich, dann nochmal schauen können. So ein bisschen. Hier sieht man sogar einen Menschen. Und ansonsten bewegen die sich wirklich in diesen Gitterdingern hier fort. Also wie es auch im Film ist. Das ist richtig krass. Ich bin mal gespannt, ob die dann auch attackiert werden können dadurch. Ob diese Kuppel kaputt gehen kann und die Flugsaurier ausbrechen können. Ob man das Ding vielleicht auch so ein bisschen gestalten kann von innen. Das könnte natürlich auch sein. Auf irgendeine gewisse Art und Weise. Es wäre halt auch cool, wenn das gehen würde. Ich meine, das sieht schon jetzt so vom rein optischen erstmal so aus, als wenn das nicht möglich ist, wenn ich ehrlich bin. Weil das schon sehr, sehr krass gestaltet ist. Aber vielleicht kann man ja so ein paar Auswahlmöglichkeiten machen, dass man zum Beispiel auswählen kann, ob man diesen Felsen haben will, diesen Felsen und sowas. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten sieht das echt mega cool aus. Hier unten auch so Wasser, so ein bisschen Sumpfoptik. So ein richtig großer Baum, wo die PTs dann auch drauf landen können. Ich bin auch mal gespannt, wie die sich so verhalten in diesem Käfig, wenn man die beobachtet, wie sie dann rumfliegen und so. Also das ist wirklich richtig krass, wie die auch jagen. Vielleicht sieht man das ja, wenn man hier so einen Fischfieder oder sowas hinstellen kann. Das geht bestimmt. Und da oben, was sieht man denn da noch? Das ist auch nochmal ein PT. Das ist auch ein PT, ne? Schaut mal. Hier ist, glaube ich, der Schnabel, den er gerade nach oben aufreißt. Und hier sieht man den Flügel oder sowas. Kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ist ja auch egal, Leute. Ich zeige euch jetzt nochmal so ein bisschen den Screenshot. Und ich muss wirklich sagen, ich bin von diesem DLC und Update richtig geflasht. Ich hätte das nicht erwartet, dass Frontier so ein krasses DLC beziehungsweise Update, das wird wahrscheinlich wieder so eine Kombination werden, raushauen wird. bin richtig geflasht, hab wieder richtig Bock auf Jurassic World Evolution und freue mich mega auf den 10. Dezember. Falls noch weitere News und Updates kommen, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Ansonsten würde ich mich vielmals über ein Like freuen für dieses Video und bedanke mich schon mal bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandi. ENDEC.